Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. So, einfach mal eine ganz sporadische Anmoderation. Kennt man sonst gar nicht. Einfach ganz unkompliziert. So, wir haben das neue Gebiet gekauft. Und da oben muss es ein Autobahnkreuz hin. Heißt, ähm, Kreuzung. Ist ja im Prinzip eine Dreibahnkreuzung. Mehr wollen wir ja auch eigentlich gar nicht. Ähm, können Sie den Verkehr ganz einfach von einer Autobahn zu einer anderen dreispurigen Autobahn ableiten. Das ist das, was wir haben wollen. Wie kann ich das denn drehen? So kann ich einfach drehen. Dann würde ich sagen, bauen wir das halt wirklich so dahin. Das heißt, wir reißen den Rest ab und bauen das dahin. So. Das heißt, da das jetzt unser Gebiet ist, können wir das ja auch nochmal abreißen, wie wir wollen. Muhaha. Ich ziehe dir aber erstmal darüber. Ähm, ihr braucht da auch gar keine Auf- und Abfahrt. Ähm. Ich glaube nicht, dass das... Ich glaube eher, dass das zu einem Verkehrsproblem wird, wenn ihr hier noch eine Runterfahrt bekommt. Die da reiße ich euch einmal ab. Die Auffahrt ist in Ordnung. Ähm, die Auffahrt ist in Ordnung. Die Auffahrt ist in Ordnung. So. Wie Zimmer wird es denn nochmal am besten darüber? Ähm. Autobahn. Da brauchen wir jetzt auch keine Lärmschutzwand mehr für. Das ist jetzt... Die ist eh in höheren Sphären. Boah, voll die geile Brücke. Warte mal, oder werden wir die... Wie machen wir das denn? Führen wir die einfach in der Brücke da oben drüber? Dass die dann hier schon auch noch in der Brücke bleibt. Bis wir wirklich da drüben sind. Dass die in der... Komm, die bleibt dann im Brücken-Modus. Bin ich irgendwie dafür, muss ich sagen. Dass die einfach hier so als Brücke da so bleibt. Bis wir halt da vorne sind. Brücke und... Und dann halt irgendwie so nach unten, wenn das schäbig aussieht. Warte mal, das legen wir mal ein bisschen so mit Kurve. So. Das sieht ja mehr oder weniger... So. Boah, sieht das schäbig aus. Das müssen wir nochmal neu machen. Ähm... Jetzt verbinden wir das irgendwie schön miteinander. Spiel. Ich möchte das gerne schön damit verbinden. Naja, ist ja egal. Naja, mehr oder weniger kann man das so anbieten. So. Ähm, Straße verbessern. Ja, das weiß ich. Habe ich auch schon mehrmals gemacht, liebes Spiel. Ähm. So. Ähm. Eine Anbindung. Wie wäre das denn ungefähr? So. Wenn wir das da reintun, dann bräuchte ich bis... Ein kleines bisschen weiter noch. Ein ganz kleines Zentimeter weiter. Äh. Ja. Dann reiße ich nämlich einmal da oben rigoros alles ab, was wir da haben. Können wir später nochmal anbinden, wa? So. Ähm. Reicht das schon? Ich glaube, ich sollte das komplett, äh... Ich will das gerne aber feiner drehen können. Finde ich nie so fein hier. Ich hätte das gerne irgendwie anders gedreht. Ja, so. Irgendwie. Ich reiße auch mal ein bisschen mehr weg. So. Was macht man nicht alles für ein schönes Straßennetz? Ähm. Kann ich das nicht ein bisschen gescheiter drehen? Ganz ehrlich, das ist nicht so, wie ich das will. Oh. 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 nicht. Ach, Mann, nu. Das Spiel will nicht so, wie ich will. Da war es doch gerade. So war doch irgendwie schön. Nein. Ach, Mann. Irgendwie bekomme ich das nicht so, wie ich das gerne hätte. Kann ich das irgendwie feiner drehen? Klicken Sie oder halten Sie die A? Oh, okay. Ich bin ruhig. Machen wir es einfach mal. Zack. Wunderbar. Gut, man kann es auch fein drehen, ist mir gerade aufgefallen. Nein. Autobahn. So. Voll schön. Dann hier auch nochmal eine voll schöne Autobahn. Ein bisschen nach außen. So. Naja. Auch voll schön. So, dann haben wir einmal so. Und einmal so. Auch voll schön. So. Dann haben wir natürlich einmal hier die Anwendung. Die ist schäbig. Die machen wir nochmal. Jetzt muss er auch alles Hand und Fuß haben. Autobahn. Autobahn. Einmal raus aus dem Baggermenü. Haben die aus dem Straßenmenü? Ach, jasch. Ja. Einmal so. Und dann wird es von der anderen Seite selbiges versuchen. So, wo sind wir denn hoch? Da sind wir hoch auf Ebene. Weiß ich nicht. Ist ja egal. Bis hier und dann da einmal hoch vielleicht. Da sind wir noch einmal hoch. Dann sind wir hier oben und haben dann ab hier so eine Brücke. Da war doch auch gerade ganz kurz eine Brücke. Ich will so eine Brücke haben. Da brauchen wir so eine gerade Straße, gell? Aha, da bekommen wir eine Brücke. Wunderbärchen. So, parallel und parallel. Ja, mehr oder weniger. Oh. Besser als erwartet klappt das. So. Und wenn ich das Ganze erstmal für den Verkehr freigebe. Hui, und ein Auto fliegt. Voll das schöne Kreuz. Die fahren nach rechts. Ich glaube nämlich, dass hier später mal ganz viel los sein wird. Heißt, ich baue da... Ich hätte gerne mal Lärmschutzwände bauen können. Ach, Mist. Da oben ist es ja egal. Aber hier unten zumindest mal. Mit dem verbess... Ja, Kollege. Das mache ich gerade. Schade. So, ich glaube, dass hier jetzt gleich ordentlich Verkehr langfließen wird. Denke ich mal. Also, ich stelle die unbegründete These an, dass sich das auch hier rüber verlagert. Wenn es das nicht tut, dann finde ich das schade, aber dann kann es halt auch nichts tun. Wenn jetzt gleich hier das Todes voll wird, dann tut es mir natürlich auch leid. So. Wahrscheinlich wird es das auch. Die Polizei, ja, bla bla. Ihr bekommt gleich hier noch ein paar Wohnhäuser, dann habt ihr auch mehr Absatz, liebe Leids. Alles gar keine Probleme. So. Schauen wir mal. Da ist schon viel mehr los als gedacht. Das heißt, die in die Richtung fahren doch schon mal lang. Und die in die Richtung auch schon mal. Die kommen... Wo kommen die denn überall rauf? Da kommen die rauf. Von der anderen Seite halt nicht so gut, aber das ist ja egal. Von da auf kommen sie zum Beispiel rauf. Von da kommen sie hoch. Und naja, okay. Ist nicht so optimal angebunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm. Aber egal. Hauptsache, wir entlasten ein bisschen hier die runterwärts Autobahn. Und wir werden gleich sehen, wo irgendwo ein Stau entsteht oder halt auch nicht. Und dann dementsprechend agieren. So haben wir doch schon mal eine echt effektive Umgehung hier gebaut. Wobei das hier würde ich noch gerne irgendwie... Das würde ich noch gerne irgendwie ändern. Wobei, das ist... Da bieget halt so ab, liebe Leute, wenn ihr wollt. Weil kann ich einfach mal so eine Linksabbieger-Kreuzung einfach so da reinzimmern? Ohne Ampeln. Top. So, dann habt ihr nicht so einen großen Winkel, dann funktioniert das ein bisschen einfacher. Wunderbar. Da eine Anbindung. Ihr habt eine D-Richtung der Anbindung. Schön. Da könnt mal schauen, dass... Naja, wobei, das ist nicht so wichtig, glaube ich. Hauptsache, die oder die Autobahnauffahrt sind es nicht... Was seid ihr da überhaupt? Wo kommt ihr da raus? Ich will es, glaube ich, einfach gar nicht wissen. So. Das ist auch toll gemacht, muss ich sagen. Das ist, äh... Ich klatsche mir das selber auf die Schulter mit meiner überragenden Bauleistung. So. Ölpumpe sind mir auch Wurst. Wir haben die Autobahn angeschlossen. Wir haben immer noch viele Verstorbene, die transportiert werden müssen. Und der Verkehr läuft richtig gut hier. Selbst die, ähm... Anderen Fahrzeuge fahren hier noch lang. Also die ganzen Einrichtungsfahrzeuge. Und bevölkern dann hier alles. Naja, das ist, äh... Mehr oder weniger toll, dass die Auffahrt dazu voll ist. Na gut, die fahren es halt alle, um das Gebiet zu kommen, fahren die halt da rein. Na. Das heißt, so einen ganzen Krempel wie das da hätten wir uns das ja echt sparen können. Müll. Oh, Verstorbene. Warte mal. Arztpraxis Verfügbarkeit ist doch toll. Das heißt, ihr sterbt nicht, weil ihr, ähm... Ich glaube, die brauchen im Gewerbe... Ich kann doch nicht denen im Gewerbegebiet ein eigenes Krematorium dahin pflanzen. Äh... Äh... Was sterben da gerade so viele Leute? Du bist doch eine Große. Ja, bist du. Und das da... Pfff... Dann macht halt, was er wollt. Dann bekommt er... Bekommt er doch mal eins. Das wird's egal. Was ist denn da los? Ich glaube, das ist die 80 Prozent, ähm... Tagsüber, die da nicht so... Aber das kostet auch so viel. Ich glaube, das ist nicht gut. Das müssen wir auf 100 Prozent lassen. Tut mir zwar im Herzen weh, also schrägst du dich eigentlich bloß im Geldbeutel, aber was willst du machen? Wir nehmen auch wieder echt ordentlich Kohle ein. Von dem her ist das egal. So. Wie sieht's da denn aus? Verkehr ist gut. Ähm... Gut, ist da noch nicht viel los, aber... Wir machen mal weiter hier. Also Wohngebiete, Wohngebiete, Wohngebiete. Wohnet in diesem Gebiet und frönet der Spukerei. Ja, genau. Das Gespenst frönt der Spukerei. Äh, da können wir auch welche wohnen, ist mir jetzt egal. So, eigentlich brauchen wir zwar eher gewertet Gebiete, aber ist ja egal. So. Hier ist schon, dann können wir gleich mal nach unserer O-Bahn gucken, wie der da unten so läuft. Ähm... Und die dann vielleicht eventuell auch noch an den anderen Verkehrszweig an den neuen anbinden. Und da ist nicht viel los. Da ist noch am ehesten viel los, aber ich glaube, mit zwei Fahrzeugen sind wir da echt noch ganz gut bedient. Ganz gut. So. Darüber müssen wir uns auf jeden Fall auch eine U-Bahn zimmern. Äh, die wir dann wahrscheinlich im entgegen... in entgegengesetzte Richtung fahren lassen. Ähm... Hm. Oh, ein Flugzeug. Haja, spau doch mal Flugzeuge. Nein, ich brauch keine Touristen. Ähm... Stromnetz. Wir haben vor, dass das funktionierende Stromnetz... Wir hatten überhaupt Stromprobleme. Ich hab keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Aber ist mir auch egal. Irgendwie solltet ihr das hinbekommen. Hoffe ich mal. Aber wenn nicht, dann... Wendet euch an den zuständigen Sachbearbeiter, der das dann innerhalb von vier Wochen in Angriff nimmt. So. Zornige... Was? Zornige Glanz-Handyspiele. Ich hab keine Ahnung, was das eine Anspielung sein soll. Ähm... Direkt an der Autobahn. Ach, komm. Ich bin mal nicht so asozial. Aber komm, dem Bürogebiet fahr auch mal hier so eine... Närmst du zwar? Ich weiß nicht, ob und wie viel das bringt, aber... Ich mach's einfach mal. Ich meine, wir haben ja Geld, ne? Ich weiß nicht, ob und wie viel mehr das Unterhalt kostet, aber das ist... Uns ist nichts zu teuer für unsere Bürger, ne? So trau ich dir an die hessige Öpuppe, es ist mir egal, wir müssen auch irgendwie Geld schäffen, liebe Leute. Ansonsten... Kann ich euch nicht euer tolles, äh... Fast, äh... Umsonstiges Ubernetz anbieten. Ansonsten... Habt ihr Probleme, das, äh... So zu erhalten. So. Besser. Ist echt viel ruhiger geworden. Das ist das Interessante. So, habt ihr irgendwelche Probleme? Nö, euch gefällt das, glaube ich. Okay, zwei von zwei Arbeitern. Da arbeiten aber auch so wenig im Büro. Die brauchen noch echt des Todes viel Platz, aber was willst du machen? So, das hat sich hier, äh... Muss ich sagen, echt enorm entlastet. Also, da ist jetzt viel weniger los. Dafür haben wir jetzt halt... Da viel Verkehr. Das ist blöd. Das Problem ist, dass die jetzt alle da rüber wollen. Hm. Die sollten auch hier schon eine Auffahrt bekommen. Eine Abfahrt, meine ich. Hier ist er abgefahren. Ja, ist wirklich abgefahren. Ihr bekommt einfach schon mal da in die Mitte eine Abfahrt rein. Ihr bekommt mal hier eine Abfahrt rein, weil alles andere ist, ähm... Tut mir leid für alle Leute, die da schön ruhig gewohnt haben, aber es ist, äh... Wie wäre es, wenn bis einer kaputt geht? Ich muss zwei kaputt machen. Mist. auf Fahrt 1 und... Ja, dann entlastet... Du kannst doch nicht das von der Autobahn auslöschen. Seriously? Holt die Loschläuche ein. Frachtumschlagplatz. Was ist denn das? Mit Güterzuganbindung. Kombiniert die Funktionen enthält eines Frachthafen mit dem Güterzugbahnhof. Das ist aber ein geiles Teil. Das heißt, das baue ich in Schienennähe und in, äh... Das ist ja mal Hammer. Was können wir da hinbauen? Komm, sowas bauen wir. Wäre ich voll dafür. Warte mal, dann bauen wir sowas da unten hin. Frachtumschlagplatz. Was kostet das? Ja, Zeit, das entführt die Woche, ist gut. Äh, Frachtumschlagplatz. Dann haben wir auch mal was mit... Höhe zu hoch. Ach, hier. Okay. Bauen wir das da hin? Ja, bauen wir das da hin, würde ich sagen. Das ist voll cool. Das gefällt mir. Dann bekommt ihr hier nämlich da unten auch euer eigenes, ähm... Eure eigene Autobahnanbindung. Ähm, so. Wassernetz natürlich auch. Zack. Und Strom natürlich auch. Dann haben wir so ein voll den... Also, dann sind wir voll innovativ. Dann ziehe ich das da mal weiter. Warte mal, ich mach mal das da raus. Kann mich irgendwie... Nee, geht nicht. Zack. Und... Dann legen wir dich mal... hier außen rum. Direkt an der Brücke entlang. Das sieht dann mehr oder weniger ästhetisch aus. Und dann einmal hier runter. Zack. Wunderbar. Es braucht dann natürlich noch eine Straße. Auch wenn ich diese Straße gerne durch so eine zweispurige austauschen würde. Aus dem Grunde, dass... Ähm... Diese... Geht gar nicht. Mist. Weil dann können die nämlich in beide Richtungen noch rausfahren. Das finde ich nicht gut. Egal. Ähm... Ausfahrt. Dreibahnkreuzung. Bauen wir sowas. Ja, komm. Das war auch drüben gut. Dann bauen wir hier nochmal alles weg. Und dann... Mache ich mir das einfach mal einfach. Nicht so eine selbstgebaute... Schmuddelige irgendwas kreuzung. Sondern professionellst... Äh... Von Straßenplanern entworfen. Ähm... Gefälle zu steil. Ach, Mann. Wo kann ich so was hinbauen? Warum ist denn das Gefälle zu steil? Das ist doch gar kein Gefälle. Also das gefällt mir jetzt einfach gar nicht. Da war doch. Da war. Da war gerade blau. Ich baue das doch nicht selber. Okay, ich baue sowas selber anscheinend. Ja, so. Wow. So schief, wenn wir das da hinbekommen. Ich baue nicht die Autobahn schief. Bloß wegen der Ausfahrt. Dann müssen wir das doch selber bauen. Sade, Sade. Warte mal. Dann bauen wir nicht mal... Ja, so stark gekurvt warst du nicht. Du warst so gekurvt. Und du warst... Auch in etwa so gekurvt. So. Ja gut. Ein bisschen Steigen ist da drin. Aber ihr habt ja... Also, ich weiß ja nicht. So. Ausfahrt, äh... Numero uno. Ähm... Schön mit langer Ausfahrt. Zack. Und dann einmal... Ja gut. Ihr braucht echt keine Autobahn. Warte mal. Wenn ich das... Ah, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. So. Fahren wir gleich raus. Gleich mal in die Richtung, oder? Wollen wir aber schon den Winkel so. Und dann den Winkel so. Zack. Dann haben wir hier... Wir bauen einfach Einbahnstraßen. Dann kommen die auch gar nicht auf die Idee, da in die andere Richtung zu fahren. Wir bauen einfach Einbahnstraßen. So. Ähm... Wie schnell dürfen die da fahren? 40. Wie schnell dürfen die... Einbahnstraßen. Wie dürfen die hier fahren? 60. Wow. Äh... Wie schnell dürfen die von der Autobahnauffahrt fahren? 80. Ja, dann bleiben wir noch bei der Autobahnauffahrt. So. Zack. Und jetzt müssen wir mal schauen. Gefälle zu steil. Irgendwie sollte man das hinbekommen. So. Da haben wir halt den... Strom müssen wir neu legen. Nehmen wir den Strom halt neu. Ist ja egal. Hauptsor... Oh, das ist voll die geile Straße und so. Schwör. Direkt aufs Wasser. Ist das toll. Ja, das ist einfach ein Stromnetz, das ganz bestimmt gut funktioniert. So. Auffahrt in die Richtung. Ne, Ausfahrt in die Richtung. Und einmal Ausfahrt in der andere Richtung. Einmal. Raus. Und gleich mal runter hier. Gleich mal unter da. So. Zack. 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 Und dann im Laufe der... Zeit gemütlichst auffahren. So. Funktioniert das überhaupt? Frachtumschlagplatz. Ah, die Schienen. Müssen wir dann aber echt über was... Das ist voll der geile Umschlagplatz. Dann müssen wir nur noch Schienen anschließen. Dann wird das bestimmt voll innovativ. So. Ähm. Ich weiß, dass wir schon über Folgenlänge sind. Ich weiß. Ich weiß noch meine Schnuckelchen. Aber man macht das einfach gerade nichts aus. Joach, du hast einen Schaden. Ach. So, bis hier oben. Dann haben wir einmal... Dann haben wir einmal... Den hier... Warte mal. So, in die Richtung. Und dann brauchen wir noch einmal für die andere Richtung. Das wäre dann hier einmal geradeaus. Einmal untertage. So. So. Und... So. 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 Voll toll. So. Das angebunden und die Schienen haben wir doch da oben. Können wir die auch unterirdisch legen, die Schienen? Müsste hier bei Zug sein. So. Boah. Wir können aber auch Brücken bauen. Brücken sehen schön aus. Also. Wir greifen... So. Wir... Ne. Wir bauen nicht über... Warum wir... Ne. Komm. Wir bauen das. Wenn dann... Wir bauen das... Wir können wahrscheinlich eh nicht bitte an der Brücke abgreifen. Heißt. Wir machen das so. Dann schlängelt sich unser Zug... Nämlich hier... Ähm... An der Küste entlang. So. Küste. Und einmal... Schon mal hoch auf der Brücke. Und dann... Zack. Und... Voll schön und so. So. Oh. Das passt sogar. So. Komm. Das muss genau so sein. Haha. Dann haben wir da voll den Premium Umschlagplatz. Und weder funktioniert nicht, dann... Klatscht was, aber kein Beifall. So. Haha. Gleich mal eins hoch. So. Dann zieht das einfach... Das wird einfach toll. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich bin davon jetzt begeistert. So. Umschlagplatz finde ich toll. So. So. So, dann können wir... Müssen wir halt schauen, dass wir da ungefähr so anbinden, dass da kein Stau entsteht. Heißt, einmal in die Richtung. Einmal für die... Danke, dass es... Ey, du willst mich doch... Ich wollte da gerade... Ich wollte doch das anbinden und jetzt hast du mir den Helligkeit weggenommen. Ich kann nicht sehen. Ja, okay. Tragisch. Strom, Strom. Hier könnte ich eigentlich was Strom vom Zug snacken, würde ich sagen. Nicht genügend Strom. So. Frachtumschlagplatz im Normalbetrieb. Ich sehe zwar noch nix im Normalbetrieb hier, aber... Ich hoffe mal, dass sich das irgendwann mal da einpendelt. So, weil ansonsten... Die 2000 die Woche, das wäre uns echt ein bisschen schade. So. Oder wie ist das hier? Oh, der erste. Oh, die ersten kommen rein und raus. Ich finde das voll geil, das Teil. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Also, das hat doch einfach was. Das ist einfach Premium, das Ding. Vor allem hier mit der, äh... Richtig geilen Anbindung. So. Ich würde sagen, das war es aber erstmal für heute. Ja gut, nach 24 Minuten ist es auch, ähm... Ja. Haben wir doch was voll schönes gebaut heute. Also, ihr könnt nicht sagen, dass das nicht so ist. Hörsch, das ist voll hässlich. Ich baue mal mehr was für die Menschen. Ich baue mal mehr Bus und so, äh... Ich muss jetzt auch mal was für unsere Industrie tun. Das ist unser Wirtschaftsmotor. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch um die kümmern. So, und schon wieder ein Thumbnail bei Nacht ist das nicht, äh... Ich fühl mich echt schlecht, muss ich sagen, mit der Zeit. Egal. Macht's gut, ähm... Zugen für die lange, überlängere Folge. Das tut mir leid. Aber... Was willst du machen? Ich sag tschüss, bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.